So, und es geht weiter. Juhu, 10 GB noch. Genau, wir haben noch genug Platz. Aha, nein. Die Musik kenne ich auch irgendwo her. Nerf World, glaub ich, war's. Oder? Doch, aus dem Wasserlevel, aus dem einen. Oh ja. Kann sein, ja. Oh nein, oh nein. Cool. Runden durch. Oh Gott, ich hätte einfach durchlaufen können. Mann. Scheiße. Oh, da freu ich mich ja drauf. Oh, das wird ganz toll. Vor allem, man kriegt anfangs kein Power-Up, ne? Oder war mir jetzt bestimmt, war noch so, dass man noch keins kriegt. Stimmt. Oder dass da irgendwie wieder ein Versteck da ist. Ich hab keine Ahnung. Ne, scheinbar nicht. Scheiße. Ich wüsste auch nicht, ob ich hier ein Power-Up will, ehrlich gesagt. Naja, gib dem erstmal so ein bisschen Sicherheit auch. Oh, die Viecher, ey. Wer braucht denn schon Sicherheit? Stimmt schon, da kannst du nicht so geil durchlaufen dann. Hiiii. Hast du recht. Oh Gott. Hiiii. Lalalala. Moment, kurz das Auge jucken. Das tränt hier gerade aus irgendeinem Grund. So. Oh Gott. Hösser. Aus Freude an dem Level. Mhm. Hehehe. Na der ist doch einfach zu holen. Ja. Lalalala. Die Musik passt für mich jetzt überhaupt nicht, weil ich die nur aus Nerfhold kenne. Aus dem Wasserlevel. Doch ich find schon, dass die reinpasst in die Atmosphäre. Ich weiß nicht. Wenn du die ganze Zeit dieses Wasserlevel vor Augen hast. Ja, aber ich hab nicht das Wasserlevel vor Augen. Na dann ist gut. Und da kann die Musik ja nix für. Weißt du denn wenigstens welches Level das war? Ne. Ich nicht, ey. Eben nicht. Soll ich die? Okay, okay, okay. Midway, 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 Midway. Na fast. Aber wenigstens mal ein Pilz wär ganz geil irgendwie. Oder irgendwas zu... Midway, Midway, Midway. Midway wär cool, ja. Nö, gibt's nicht. Midway ist nicht. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Du musst ein Offs... Die sind jetzt gerade noch auf Off. Die gehen noch nicht runter. Ach, die sind aus. Die sind alle aus, ja. Ey, das Level musst du doch... Das musst du doch noch kennen. Ich bitte dich. Dieses Level, wo du dein... Irgendwie ein Item... Ich glaub ein P-Switch mit durch eine Tür nehmen konntest. Mir gefällt das gerade nicht, dass hier nach rechts nichts... Beziehungsweise, dass es hier nach rechts weiter geht. Ey, du kriegst dann gleich den Off-Switch und damit musst du dann wieder nach rechts. Gehen, Mensch. Ist doch... Ja, ich will mir trotzdem ganz kurz mal angucken. Ob hier nicht... Ich muss doch hochkommen. Mann, Conan. Ob hier nicht der Midway war. Ah. B... 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 Okay. Also nochmal, wenn ich dir sage, dass es ein Level war, in dem du deine Finger, sag ich mal, klebrig machen musstest und ein P-Switch mit durch eine Tür nehmen konntest, musst du dir doch sofort das Level einfallen. Ach du Scheiße. Hey, ich hab gerade andere Sorten. Na dann, dann ist gut. Ich will nämlich nicht sterben ungern. Wer will das schon? Hatten wir ja schon mal das Thema. Stimmt schon. Okay, okay, es geht aber eigentlich noch. Ja, irgendwie ist das ein Level, wo du echt keinen Power abkriegst, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Jetzt krieg ich zwei Leben auf einmal. Oh ja, stimmt. Genial. Genial. Und da ist bestimmt, ja, da ist ein Power-Up. Aber mit Waypoint wäre schon mal ganz geil, ne? Ich weiß nicht, was jetzt für ein Boss kommt, von daher. Ach der. Einfach, das ist ja, der ist total einfach. Einfach auf den drauf, ne? Ja, und nicht in die gelben Blöcke, wäre ganz nett. What? Der ist doch alt. Der ist ganz alt. Och, Conan. Nein. Nein. Alles normal. Na, viel Spaß. Ja, danke. Ich katze doch bestimmt schon wieder hier beim ersten Gegner. Ach du Scheiße, ich habe doch jetzt keine Lust, das nochmal zu machen, ey. Was? Wow. Das passte gerade ganz gut zu der Aussage, ich habe doch keine Lust, das nochmal zu machen. Och, der Boss ist ja doof. Und dann, dann lass dich jetzt sterben und lass mich das machen. Der geht ja voll ab mit seiner blöden Shell, wenn man den getroffen hat. Aber das ist da kein Wind, du entgebt, das ist echt ein bisschen scheiße. Das ist doof, ja. Ach man. Oh ne, jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal machen. Mann, oh. Wo bin ich eben gerade gestorben? Bin ich... Nach ganz am Anfang. Oh Mann ey, ich bin so blöd. Du bist da vorne in die Säge reingelaufen. Mann, oh. Oh Scheiße. Entschuldige. Macht nichts. Ist doch alles gut. Jo. Aber irgendwie will man hier auch klein sein, oder? Ja, weil ich weiß es nicht. Guck mal, die Stelle, die kannst du einfach durchlaufen. Oder bist du da irgendwo betroffen? Ich weiß es nicht. War man nicht, ne? Egal. Puh. Irgendwie hat er den Midway doch hier einfach vergessen, oder? Ich weiß nicht. Also er hätte wirklich mal einen hinbauen können. Na wenigstens so von... Ich würde den Boss nicht ohne Midway machen. Ne, man hätte vor den Boss mal einsetzen können. Boah ey. Das ist echt ein bisschen assig. Ja, nur dich safe staten, aber nee. Nee, ach quitsch. Ah, der Boss ist doof. Er ist eigentlich einfach, aber ich glaube dadurch, dass da diese scheiß gelben Blöcke sind, durch die du durchfallen kannst, ist er wieder schwer. Das tut voll weh. Und schon wieder genau so, ja. Du hast ein gutes Level, um Leben zu bekommen. Boah. Doch, du hast ja gar nicht lang, oder so. Verlierst zwei und bekommst eins. Äh, andersrum. Du bekommst zwei und verlierst eins. So, stirb. Jetzt lass mich in Ruhe. Ach man, ich kann da nicht ausweichen. Einfach in der Mitte gehen. Na, ich würde es jetzt nicht wieder raufbeschwörmen, aber ich glaube... Nein, du schaffst es jetzt. Ich schaff das jetzt, ich schaff das jetzt. Oh. Vor allem, das ist das einzige, was wir machen können. Wir können nicht sagen, wir machen kurz was anderes und machen den später. Ja, ach quatsch. So schwer ist das jetzt nicht. Ja, aber immer wieder denselben Scheiß am Anfang ist blöd. Das, der Teil hier ist nervig, stimmt schon. Sonst hat er doch immer den Midway-Point gesetzt. Immer den Midway-Point? Was mach ich denn da? Das weiß ich auch nicht. Mann, Conan, tut mir leid, so ne Scheiße. Vor allem, ich schaff den Boss auch einfach nicht. Dann geh jetzt einfach, dann geh jetzt zu dem, wo ich... Weißt du, wenn du jetzt bis zum, wenn jetzt vorm Midway, äh, vorm Boss ein Midway wäre, dann könntest du bis zum Midway jetzt spielen und mich dann den Boss machen lassen. Ja. Ich stelle mich bei... Warum stelle ich mich denn da so unglaublich blöd an? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Huch. Ja, siehst du, man läuft da schnell mal irgendwo rein. So. So. Und wie viele tausend Minuten haben wir schon wieder verballert? Acht. Oh Gott. Nur mit dem Schloss, oder? Ja. Nur mit dem Schloss. Super. Super. Ach, ich hole sie ins nächste Jahr. Du 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 du. Jetzt, wenn ich wieder in eine von den Stacheln springe, ich glaube, dann bringe ich mich um hier, also. Ja, das tust du in der Tat, wenn du in die Stacheln springst, dann bringst du dich um. Ja. Das hast du gut erkannt. Ja. Das ist... Das ist... Man, noo. Oh je. Ah, was machen wir denn da? Das ist so unglaublich blöd, echt. Oder so ein Midway direkt nach dem ersten Part wäre auch... Würde vollkommen ausreichen. Ja, der wäre auch in Ordnung. Der zweite Part ist ja voll langsam, voll kurz. Richtig. Aber das hier, ach, das ist so assig. Ach, Mann. Einmal ist die Musik gut. Naja. Super. Ich bin begeistert. Also bei mir hast du gerade zum dritten Mal eingesammelt, aber gut. Hab ich bei dir jetzt 30 Münzen bekommen, oder was? Nee, ach, Quatsch. Achso. Das wäre cool. Nee, war aber nicht. So, Tür. Ach nee. Die Kuh legen wir. Das ist perfekt. Ich will es gar nicht riskieren. Das ist aber jetzt Tür. Boah, nee, aber ernsthaft. Das ist doch blöd. Das ist gerade mal Welt 5 Schloss oder so, ne? Oder 6 schon? Ja, die Schwierigkeit an sich ist ja in Ordnung, da das kein Midwaypoint gibt, ist scheiße. Oder hier jetzt mal noch ein Power-Up, der wäre auch ganz nett, aber gut. Ja. So spätestens an der Stelle mal ein Power-Up, wäre cool. Ich krieg den Kerl nicht hin. Du musst einfach, wenn du auf ihn raufgesprungen bist, in der Mitte gehen. Dann kommt er da nicht hin, oder was? Also, der ist von Kerl gekodet, soweit ich das noch richtig weiß. Und bei ihm ist es so, du kannst einfach in der Mitte stehen bleiben. In der Mitte von der Stage? Ja. Okay. Für mich sah das so aus, wie wenn der zielstrebig immer auf mich draufhaut. Nein, eigentlich nicht. Der springt eigentlich immer da. Es ist halt so, weil er nicht mehr weiter nach außen kommen kann. Er muss einfach da stehen bleiben. Siehst du? Irgendwann kommt es genau. Was soll ich mir mal einer sagen? Ach man, das wäre ja Kinderbaby einfach gewesen. Richtig. Ich glaube, er hat fünf Leben wieder. Gut, dass du das weißt. Ja, der ist bekannt. Ich wäre der Kerl einfach mega unmöglich gewesen sonst. Und es ist halt, glaube ich, down. Ja, sehr gut. Down! Das war wieder eine schwere Geburt. Eine unnötig schwere vor allen Dingen. Ist das jetzt? Picking Caves. Oh ja, danke. Ich hatte nur noch ein Leben, um Gottes Willen. Na ja, das funktioniert die Wortblöcke nicht. Wer rechnet denn damit? Gut, um die Wortblöcke hätten wir uns keine Sorgen machen müssen. Das war schon ein bisschen gemein. Ach, schön. Es passt, aber irgendwie passt die Musik nicht ins Gebirge. Es ist mehr so Strandmusik. Stimmt, Strand passt die gut, ja. Oder würde so gut passen, ja. So eine richtige Beach-Party-Musik, ja. Genau. Das sind doch auch solche Strandtrommel, oder wie die Dinger heißen. Genau. Was ist das? Ist das auch irgendwas, was runterfällt? Na, das ist das Drehding. Ne, ich meine das links, das Ding. Einfach nur zum Raufgehen. Das ist das Drehding. Ja, das Ding ist klar. Ach so. Ach so, nee. Huch. Was hier mit dem Swamp ist, finde ich echt nicht nett. Da oben sind 10 Münzen, also 10. Die könnte ich jetzt gerade machen. Ne, guck mal, da links sind auch noch welche. Hier, die da. Ja. Die sind mit, na gut. Na gut, die sind ja wirklich sofort da. Ja, siehst du? Hast du aber vollkommen recht mit den, mit den, also Trommeln oder was das ist, ja. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Ja, ich weiß auch, also dieses Hauptinstrument da halt, ne. Das ist, äh, das, was die Melodie spielt. Ja. Klingt 100% nach Beach. Stimmt schon. Das war doch klar, dass da nicht nur so ein Ding ist. Sehr gut, ja. Und, boah, schau. Ah. Macht nichts. Na ja. Midway ist Midway. Nice. Sehr schön. Irgendwie machst du bis jetzt gerade alle Level und ich verkacke immer nur, ich weiß nicht. Ach, Quatsch, es kommt dir nur so vor. Na ja. Ja, wohin denn? Äh, ich würde sagen, erst nach rechts. Wobei, es geht eigentlich, links ist eigentlich meistens das erste Mal ein Secret. oder Secret, ja. Also irgendwas. Ja, siehst du? Ja, sehr gut. Na. Dum, 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 dum. Hä, hä. Alter, was war das? Was denn? So ein Powerlag irgendwie bei mir, keine Ahnung. Ach so. Das riecht aber doch schon wieder nach zwei Leben. Ja, da ist schon das erste, da ist das zweite. Sehr schön. Ei, ei, ei. Konzentration notwendig? Mhm. Schon. Ja, hast du es doch geschafft. Puh. Sehr schön. Puh. Das läuft. Und dann beendet wir das Video auch schon wieder. Das war sehr viel schloss. Oh, gerne. Sehr viel schloss und sehr wenig Fortschritt. Aber wir bedanken uns trotzdem natürlich oder gerade deswegen fürs Zuschauen und sagen Tschüss. 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 Você schon wieder... T Vielen Dank.